Wintereinbruch in Remscheid Am Samstagabend fing es heftigst an zu schneien und zum ersten Mal in der Wintersaison 2012-2013 wurde Remscheid in eine weiße Winterlandschaft verwandelt. Egal ob nun wie hier am Remscheider Markt oder in Lennep, es war auf einmal weiß und es gefiel den Bürgern. Obwohl dieser Schnee sehr, sehr überraschend im Bergischen gefallen war, lief der Verkehr und auch besonders der öffentliche Nahverkehr ohne Probleme weiter. Und das ist nur der Anfang des Winters 2012-2013 und es soll in den nächsten Tagen auch weiterhin kalt bleiben in und um Remscheid herum. Wintereinbruch Wintereinbruch Wintereinbruch